Was ist das Verständnis für die Entwicklung? Und warum man jetzt so ängstlich ist und Sorge hat, dass der Staat delegitimiert werden sollte, das verstehe ich ein Stück weit nicht. Ich glaube, es steht einer souveränen Demokratie gut an, mit allen zu sprechen und nicht den Versuch zu machen, rote Linien zu ziehen, wo die Leute dann in eine bestimmte Ecke gestellt werden und man mit denen gar nicht mehr diskutiert, man sie ächtet im Grunde genommen. Das spaltet die Gesellschaft und ich glaube, die Spaltung der Gesellschaft ist eine große sicherheitspolitische Gefahr für die Zukunft und da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen.